Nachher da nicht durch? Aspida reagiert nicht so gut auf Beschuss. Geht mal dahin. Irgendwas mit Raggards. Geht mal dahin. Geht's mir. Ah! Das ist doch vor wie eine Laserpistole! Ah, du warst das mit dem Nächsten! So! Das ist besser als kein Schaden! Soll ich wahrscheinlich gleich feststellen? Oh! 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 Wir schießen, aber in dem Fall geht es wohl scheinbar. Scheinbar theoretisch, eventuell. Oh! Oh! Klingt langglocken. die auch schießen nachladen ich schütze nachladen ich muss daneben stehen stehen bleiben theoretisch siehst du was ich sehe es gibt kein gültiges ziel ich meine lädst du von selber nach und schießt dann auch von selber was ja nicht unbedingt in der sache sein könnte oder vielleicht auch also hat eine salve vorhin rausgehauen das haben wir gesehen da hat er hinten irgendwie den am schild gekitzelt wenn du schießt brauchst du einen also da nicht dass du einen riesen streuradius hast oder sowas jeder jeder schuss ein treffer immerhin acht schaden sind acht schaden jetzt überlegt mal vorhin der kampf gegen die hexen ein voller erfolg ja lange hält er nicht mehr noch mal ja doch nicht doch nicht auch ein first drauf gesetzt deaktiviert fahrzeug geschützt ok der ist nächste runde auch weg ok der ist nächste runde auch weg also das geschützt schießt von selber in dem fall nur wenn du die spezialfähigkeit hast geschützt nutzen oder wie auch immer dann schuss Ah, da. Tja. Äh, da ist schon ein kleiner Geschütz-Turm. Soweit kommt's gar nicht mit dem Gang. Okay, man hat wohl. Bis gleich. Der platzt nämlich jetzt der Tank. Der packt jetzt seinen Raketenwerfer aus, äh, seinen Granatwerfer und dann hat sich's. First. Schnipp. Bumms, wirst du mal. Kragaroo. Kragaroo. Und plötzlich standen wir alleine da auf weiter Flur. Knoten, kr- Stahl auf das Ziel. Tja. Du hast noch. Das hat sich dann gleich ausgekämpft. Du hast noch. 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 Ich so noch. Das war's für heute. Ja, ich schreibe. Na, sowas. Ja, ich schreibe. Ja, ich schreibe. Ich versuch. Jetzt am MG, der haut dann ganz schön rein. Ja, der regeneriert uns hier mal locker weg. Ja, ich schreibe. Ja, ich schreibe. Oh, ich schreibe. Oh. Ich schreibe. I'm ready. Preparing to fire. Steal on target. Got you. Sehr schön. Ich bin leer geschossen. Und der Turm ist auch weg. Jetzt kann ich noch mit meiner Aspida kitzeln. Ich muss den Turm reparieren. Ich bin leer geschossen. Äh, ja genau. Ich bin super hyperaktiv. Okay. 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 Du machst jetzt mal recht. Okay. 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 Das wird auf die Entfernung. Überhaupt nix. Könnte man sogar riskieren mal. So zu machen. Okay. Ich gut. gut. Aua. Aua. nochmal. Nochmal. Die Ziele bevorzugt natürlich. Die weichen Ziele. 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 die Aspida muss erst mal wieso können die Aspida ihn nicht reparieren es gibt kein gültiges Ziel achso und 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 Count to ten. Breathe. Null Schaden. 19p-Figur. Schön, dass du vorbeischaust. Wie geht's dir? Alles gut. Freitag einigermaßen am Ausklingen, hoffentlich. Frage, hast du schon teilgenommen an dem...